hallo hallo youtube hallo liebe zuschauer ja leute gibt es die gibt es gar nicht und weil es leute gibt die es gar nicht gibt mache ich was was ich noch nie gemacht habe ich habe zwar schon mal auf kommentare in videos geantwortet wo ich parallel was gespielt habe aber ich habe glaube ich noch nie ein video gemacht nur für ein einziges kommentar ja aber ich muss es tun dieser mensch schreit danach dass ich es tue abgefahren also das ist ein anderer wie der der den youtube kanal hat abgefahren ja es gibt ja eine abgefahren community es gibt ein abgefahren das ist der gute duki auch genannt ralf hauser ich glaube so heißt er gar nicht wirklich aber der da der nennt sich abgefahren und hat glaube ich mit dem anderen nichts zu tun ja weil ich glaube duki der der haft ist besser er kann was besser verarbeiten duki mag ich duki gucke ich auch ja nur mal so nebenbei aber hier abgefahren der mir kommentiert hat also der nicht der duki ist von dem anderen kanal der hat geschrieben sagt deinen zuschauern doch doch auch bitte dass du dem allianz network von web edia gaming gmbh angehörst bzw zusammenarbeitest so ein privates projekt ist dann dein kanal nicht mehr wie du es öfters betont hast ja das hat er mir geschrieben unter mein iracing setup video weil dort gehörts hin das hat so viel mit setups zu tun in iracing deshalb muss das dorthin ich weiß nicht also angeblich verheimlich ich ja und und spreche das nicht oft genug an dass ich zum allianz netzwerk netzwerk gehöre von webedia gaming gmbh also ich habe das noch nie erwähnt ja dass ich in einem netzwerk bin das allianz heißt dass das also ich versuche das zu verheimlichen ja ich gebe es offen zu ich bin ein anonymes allianz network mitglied weil ihr nicht wissen sollt dass ich multimillionär bin durch meine youtube videos weil umgerechnet bringen in etwa 1000 views ein euro werbeeinnahmen und wie ihr meinen views entnehmen könnt auf den letzten videos die ihr unten seht muss ich millionär sein bei 129 aufrufen auf einem landwirtschaftssimular nur ich muss einfach göttlich ich muss muss millionen verdienen und deshalb muss ich euch das verheimlichen dass ich im allianz network bin ja das ist auch keine absicht das allianz network in meinem kanal banner zu finden ist es ist nicht so dass ich euch das mitteilen wollte das ist ein versehen vom grafiker weil ich will es verheimlichen dass es so ist damit ihr das nicht erfahrt ja und weil es so geheim ist jeder youtuber denn in einem netzwerk ist der monetarisiert der muss ja auch eine firma anmelden und wenn ein internet auftritt hat egal wo muss er ja auch ein impressum angeben und weil das weil weil ich das so absolut verheimlichen will ja damit ihr das nicht erfahrt dass ich im allianz netzwerk bin ähm habe ich es auch in meinem impressum stehen wo wunder ja es ist schon kurios ich habe auch noch nie darüber erzählt dass ich mal für das allianz netzwerk gearbeitet habe ich glaube ich habe noch nie gesagt dass garderole im allianz netzwerk arbeitet und ich sein kollege war eine zeit lang was das partnern neuer youtube kanäle angeht ich glaube hier neben in der liste oder gucken wir einfach mal gucken wir einfach mal auf den kanälen da haben wir sogar garderole der im allianz netzwerk ist da haben wir auch hier einen sturz der im allianz netzwerk ist wir haben auch die zockertudes die im allianz netzwerk sind dann haben wir da tom.io der im allianz netzwerk ist dann haben wir motality dort der im allianz netzwerk ist dann haben wir da legendary marvins strategie kanal der soweit ich weiß auch im allianz netzwerk ist dann haben wir da meinen lieben freund zwergtube der auch im allianz netzwerk ist und ich glaube den claude der auch im allianz netzwerk ist habe ich sogar gepartnert der wahnsinn ich habe sogar freunde die im allianz netzwerk sind das ist schon kurios also ein absolutes geheimnis es ist gelüftet er hat mich enttarnt und ich werde es ab jetzt in jedem video bevor ich anfangen irgendwas zu erzählen mitteilen dass ich im allianz netzwerk bin weil das sieht man so schlecht meine außenkommunikation die bringt das nicht so rüber ja ich könnte jetzt nochmal twitter ne autisport wollen wir nicht wir wollen wir wollen wir wollen nick zockt lp auf twitter mal angucken weil also ich glaube ich verheimlich das absolut dass ich im allianz netzwerk bin also irgendwie ich muss es einfach besser kommunizieren deshalb habe ich gedacht ich mache mal ein video wo ich euch drüber aufkläre dass ich schon seit jahren mitglied im allianz netzwerk bin habe ich jetzt oft genug erwähnt ja können wir den kindergarten damit jetzt einstellen was soll ich machen ein trailer vor meine videos packen wo drin steht er ist mitglied im allianz netzwerk leute was soll ich dazu sagen ich bin youtuber in youtube begibst du dich in eine grauzone diese grauzone die sagt ich darf grafiken und sound von anderen nicht veröffentlichen komischerweise hat das jedes spiel und deshalb habe ich mich frühzeitig nach einem netzwerk umgeguckt was gesagt hat wir sorgen dafür dass du mit den spieleherstellern keinen stress kriegst und das war das damalige gamestar netzwerk was das angeboten hat weil gamestar ist eine computerzeitung ja und diese computerzeitung die ich auch schon kritisiert habe weil nicht alles was die machen finde ich super geil auch wenn die bei mir im netzwerk sind diese computerzeitung hat guten kontakt zu den spielepublisher und diese spielepublisher verzichten darauf uns die im allianz netzwerk sind uns auf den sack zu gehen sagen wir es einfach mal so weil die haben so ein abkommen so der wir dürfen das ja das ist so ein unausgesprochenes untereinander wir verstehen uns wir sind eine branche okay und weil ich in diesem netzwerk bin schalte ich werbung weil mein netzwerk von dieser werbung mit bezahlt wird für den service dass ich keinen stress krieg wenn ich das hier mache und weil meine adresse nicht hier drin stehen soll darf ich vom netzwerk die adresse angeben wenn ich oben hinschreibe also wenn ihr praktisch dahin schreibt dann geht das nach berlin zu meinem netzwerk und die wissen das gehört mir dann kriege ich eine e mail wir haben einen brief gekriegt weil du hast was gemacht und wie auch immer also ich bin verantwortlich für den inhalt dieses youtube kanals so und wie gesagt weil ich eben das alles nutzen will diesen service den mir mein netzwerk bietet muss ich den natürlich mein werbeanteil abgeben und muss deshalb überhaupt mal werbung schalten und das mache ich so wenig wie es geht um euch damit auch nicht so zu belasten und zu nerven ich mache es in vertretbarer maße sonst hätte ich wahrscheinlich nicht die aufrufe und die abozahlen die ich habe und wenn du 0,01 Euro über werbeanzeigen im internet verdienst brauchst du in deutschland ein gewerbe also habe ich auch das und beides sagt nix dazu aus ob nick frei zockt mein privates projekt ist oder mein beruf ist oder wie viel geld ich damit verdien oder keine ahnung was es sagt schlicht gar nix darüber aus ja es ist mein privates projekt nick frei zockt das erkennt man zum beispiel an meinen tollen uploads ja ich habe zum beispiel heute was hochgeladen ich habe gestern was hochgeladen vor zwei tagen vor drei tagen nicht aber vor vier tagen vor fünf tagen sogar zwei dinge vor sechs tagen was vor einer woche irgendwie was ich habe öfter mal lücken ich mache momentan ein video am tag ein video was um die 100 aufrufe hat wenn ich beruflich das hier machen würde und mehr als hobby sehen würde ich glaube dann hätte ich ein problem sind wir mal ganz ehrlich ja ihr müsst euch das so vorstellen es gibt dinge da sind einfach gesetzliche vorgaben da dass ihr gewisse dinge machen müsst wie zum beispiel ein gewerbe anmelden euch ein bisschen rechtsberatung suchen euch in einem netzwerk anschließen damit ihr weniger stress kriegt das musst du einfach tun dass du es ein bisschen sanfter betreiben kannst das bedeutet aber nicht dass deshalb kein hobby ist also ich meine das ist fremd finanziert wenn ich aus den einnahmen meines youtube kanals dinge bezahlen wollte die ich hier zeige spiele mein iRacing wo ich das abo bezahl also mehr oder weniger weil ich meine dadurch dass leute sich über meinen link bei iRacing angemeldet haben haben diese leute dafür gesorgt dass ich meine abos verlängern konnte und bmw kaufen konnte und so weiter ja da bin ich dankbar für kartkraft hat mir zum beispiel der entwickler geschickt das ist ein vorteil wenn du eine hohe abozahl hast von 13.496 die ich mit sicherheit auch alle gekauft habe weil ich habe ja keine klicks mehr das ist so eine denke ich weiß nicht wo die herkommt im internet diese denke aber sie ist total fehl am platz ja sie ist total fehl am platz ich habe noch nicht mal abo für abo gemacht habe ich gar nicht nötig ich lege auch keinen wert drauf ja das ist das verrückte ich lege auch keinen wert drauf ne und ich habe hier oben einen amazon link und ich habe hier hinten habe ich einen link zum team fanatical gameshop ja das sind meine partner wenn ihr dort was einkauft viele keys keine ahnung bei amazon ein paar frische unterhosen ein paar neue socken dann kriege ich davon einen kleinen prozentualen anteil wisst ihr das sind solche unsummen ich weiß gar nicht wie ich das am besten sagen soll in der letzten steuererklärung konnte ich keine amazon einnahmen melden ich hatte keine es war schlichtweg null was ich im jahr 2017 über amazon verdient habe ja es ist ich weiß nicht was manch einer denkt was ich hier für millionen verdiene und warum der mir dann so kommentare schreibt das wollte ich das ja gar nicht zeigen ich wollte ja eigentlich wollte ich das so zeigen ich wollte es ja gar nicht unter dem video zeigen ja also ich weiß nicht was das kommentar soll ich weiß nur dass derjenige der es geschrieben hat eine komische auffassung hat also mein youtube kanal darf kein privates projekt sein wie ich das öfter betone weil ich zu alliance gehöre was ich euch verschweige ich böser böser kapitalist der euch alle bescheißt weil er es euch nicht mitteilt danke und auch welche aber govern die Vielen Dank.